Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft und ja, wie ihr hier unten sehen könnt, habe ich ein bisschen, ja, Mining gemacht und zwar habe ich da auch was Schönes gefunden, das wollte ich allerdings nicht abbauen, ohne dass ihr dabei seid und natürlich habe ich gewartet, bis meine Eisenspitzsacke fast kaputt ist. Ich habe nämlich keine mehr dabei und kann ja auch nichts bauen, deswegen, hier habe ich leider nichts gefunden, bis auf ein bisschen Kohle, hier vorne habe ich dann ein bisschen Gold gefunden, ich glaube das war, Sekunde, das war hier vorne glaube ich irgendwo, ich habe ja so ein bisschen Mining gemacht, genau da und hier und irgendwo habe ich Gold gefunden. Ich glaube das war, ich weiß das gerade gar nicht mehr, irgendwo hier, auf jeden, genau hier, 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 da, da habe ich Gold gefunden, da. Allerdings, ist doch Gold, oder? Ja, Goldärz. Wollte ich jetzt allerdings nicht abbauen, weil, tada, Diamanten. Nicht gerade wenige anscheinend. Wollte ich nicht abbauen, ohne dass ihr dabei seid und ja, fünf Diamanten mal eben, einfach so. So, richtig nice. Und damit man hier keinen vergisst, mal eben schauen, ob wir hier irgendwo in der Nähe noch eine Ader, irgendwas vergessen haben. Ne, ist nichts mehr. Alles weg, okay. Dann kann man den Rest vom Gold mitnehmen, auch wenn unsere Spitzsacke gleich, ja, da ist sie im Arsch. Sehr schön, jetzt können wir zurück. Auf jeden Fall habe ich ja die Ebene, die perfekte Ebene gefunden. Die perfekte Ebene, um Diamanten zu finden. Denn, Diamanten lassen sich besonders gut auf der Ebene 12, so wie ich eben recherchiert habe, finden. Und natürlich ist das hier, warum auch immer, die 12. Da, könnt ihr sehen. Ne, 11 ist es gerade, so 12. 11 ist das hier, 12, da ist 11. Also, sind halt wirklich gut dabei. Also, da auf jeden Fall die perfekte Tiefe, um Diamanten zu finden. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal eine Treppe runterbauen. Ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man auch wirklich was dabei hat. Oh, habe ich gerade nicht. Wir wissen zwar, wie wir jetzt runterkommen, aber, nur ja, ne? So. Also, da gibt es auch einen Weg nach oben. Aber hier ist alles dunkel. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Weil da hinten haben wir ja schon einen Weg. Ne, hier. Da haben wir ja schon einen Weg. Wir haben wirklich sehr viel Kabel. Und ich habe eigentlich keinen Bock hier. Wir kommen einfach da rauf und nach Hause gehen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir müssen hier erstmal raus. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, denn... Oh. Oh. Ah doch, wir haben ja... Ich habe vergessen, dass ich nur keine Spitzwecke mehr habe, ja? Warum? Lassst ihr mich nicht einfach zufrieden? Ich habe immer noch keinen Bogen bekommen. Verdammten Geizhälse. Nun ja, auf jeden Fall haben wir echt viel gefunden. Guckt euch das an. Hier. Wie viel Erz wir haben, wie viel Diamanten, Gold. Einfach genial. Wir haben so viel bekommen. Auch so viel Redstone. Auch so viel Redstone. Einfach genial. Auch ein paar andere Sachen. Ein paar Gegner haben wir gefunden. Also ein paar Sachen von den Gegnern haben wir bekommen. Das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist natürlich schön. Müssen wir weniger andere Gegner killen. Habe ich leider keine Spinnen gehabt hier. Sonst hätten wir auch ein bisschen was für die Bögen gehabt. Aber die Bögen kriegen wir eigentlich von den Skeletten. Also, ja, ist eigentlich egal. Jetzt halt die Frage, wie wir hier rauskommen. Bei rausbuddeln kann ich mich nicht. Also könnt ihr schon mit meinen Pfoten. Aber das würde, glaube ich, ein bisschen lange dauern. Ein bisschen. Ein ganz bisschen. Aber wenn wir einfach nach oben gehen, immer den Weg nach oben suchen. Dann geht das schon. Da ist nämlich die Dings hier. Das können wir mal eben kurz ein bisschen markieren. Finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Dann haben wir hier nämlich nicht nur eine Barrikade, dass wir da nicht runterfallen. Sondern wir wissen auch, aha. Da war doch was. Das fällt ja sofort auf hier. Also von daher. Wir können uns auch mal vielleicht Schilder hinstellen. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Ein bisschen eindeutiger. Aber okay. Hier haben wir jetzt Erde. Ich frage mich, wie viel Erde. Ah, hi. Oh. Oh, wir sind auf der Wiese. Finde ich irgendwie ganz sinnvoll. Aber damit wir jetzt nicht verrecken. Eben kurz ein paar reinziehen hier. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind. Habe ich mal eben markiert, damit wir auch den Weg nach draußen hier wieder haben. Damit ich weiß, wo wir rein müssen. Aber ich mache sowieso noch einen neuen Weg dann. Das Ding können wir später wieder abreißen. Aber ja, da vorne. Oh, und da hätten wir diesen Turm. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten den Turm fertig. Und da hinten. Wie ein schöner Turm. Oh, das wäre cool. Da hätten wir so aus der weiten Entfernung so einen Turm und können da einfach hin. Wisst ihr? Das wäre einfach voll cool. Wenn wir schon so viel verändert hätten hier in der Welt. Aber das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich möchte halt auch erst, ähm, ja, etabliert sein in dieser Welt. Ich meine, wir haben hier schon eine Brücke gebaut, die in der Nacht einfach, finde ich, total schön aussieht. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die Dinger da runter bauen werde. Aber mal gucken. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll. Ist irgendwie angenehm, oder? Wenn man langsam diese Welt so ein bisschen mit seinem eigenen Stil hier verändert. Hat irgendwie was. Das hat irgendwie was und das finde ich einfach richtig schön. Das macht mir einfach auch furchtbar viel Spaß. Und da finde ich es auch umso schöner, dass es hier ein paar Leute gibt, die das auch wirklich interessiert. Die da Bock drauf haben, die zugucken und auch wirklich viel Spaß dran haben. Das freut mich einfach. Wir haben ja auch schon ein bisschen was geschafft hier. Mir fehlen zwar noch einige Sachen, aber ich finde, das erste kleinere Projekt, oder größere Projekt, können wir auch mal sagen, haben wir schon geschafft. Das heißt, große Projekte sind für mich andere Sachen, wie der Turm zum Beispiel. Aber das hier ist einfach für mich schon für meine Verhältnisse groß in Anführungszeichen. So, und das hier ist auch schon mal ganz schön, müsste man eigentlich noch verändern. Aber ich möchte mal eben was testen. Ich möchte mal eben kurz gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir brauchen dafür, glaube ich, erstmal eine Spitzhacke. Und da wir jetzt momentan ja sowieso relativ viel meinen, kann ich hier mir auch ruhig mal drei machen. Wichtig ist erstmal, die wichtigen Sachen hier reinzupacken, dass die gesichert sind, dass die nicht wegkommen. Oh, da ist so viel, so viel Scheiße drin, ne? Sorry für meine Wortwahl, aber es ist einfach so. So viel Mist einfach. Sachen, die halt auch wirklich keiner braucht, hier, wie diese komischen Pflanzen hier, die brauche ich hier einfach. Ein Lesepult ist eigentlich für mich jetzt momentan auch nur ein Deko-Gegenstand. Aber Bücher, die sind gut. Die brauchen wir noch. Ja, und Steinstufen, schön und gut, aber ich werde erstmal keine Steinstufen brauchen. Wobei doch die Kümmer verwenden. Ist auch wofür? Steinstufen sind ja im Endeffekt einfach nur halbe Steine. B沒有 Scientists. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, sieht doch schon jedenfalls schöner aus. Ja, mal sehen, wie wir das so später noch machen. Für einen Moment ist das auf jeden Fall sehr viel angenehmer als vorher. Finde ich zumindest. Ja. So, mal eben sehen. Wir haben da noch einige Sachen auf jeden Fall zu tun. Eine Kartoffel. Was wollen wir mit einer Kartoffel machen? Na gut. Die brauchen wir erstmal nicht. Oh. Ja, hier müssen wir warten, bis das drin ist. Und ich muss unbedingt Schleime finden. Unbedingt. Also. Da brauchen wir auf jeden Fall welche. Ich werde vielleicht auch mal irgendwo so ein Untergrund-Ding machen. Ich muss mal sehen. Auf jeden Fall brauchen wir hier so 64. Ja, das reicht. Ne, ihr seht. Die Farm ist einfach genial. Die ist einfach super. Ich liebe die. Sollten sie vielleicht nochmal verbessern später. Aber für den Moment. 58 Weizen. Also. Da kannst du wirklich nicht meckern, ne? Für einen so ein Ding. Boah. Sind eigentlich 64, aber. Äh. Ist nicht alles fertig geworden anscheinend. Ja. Na guckt's euch an, ey. 19 Brote einfach mal. Das ist so genial. Willst du auch eins? Ne. Kriegst du aber nicht. Hier kriegen nur Leute, was die auch arbeiten für ihr Geld. Und für ihr Essen. Du faule Schwein. Oh, 64 schon fertig. Ja. Sehr gut. Ich bin erfreut. Wir haben wieder ein Stack. Das ist sehr, sehr schön. Und wir können auch bald was anderes bauen. Und zwar einen Zaubertisch. Ich glaube, ich weiß noch, wie der geht. Mal gucken. Auf jeden Fall mal so viele Möglichkeiten, hier jetzt was zu machen. Wir können Diamanten suchen. Wir können bauen. Und beim Bauen. Ja. Da ist jetzt die Frage. Machen wir hier die Treppe nach oben, wo ich noch keine Ahnung habe, wie wir das genau machen sollen. Weil das wird sonst mega whack aussehen. Aber, hmm. Da bin ich noch unschlüssig, wie ich das genau machen will. Wir könnten das ja auch wieder so ein bisschen. Ich habe da so eine Idee. Wir können das eventuell so wie hier unten machen. Mit so einem Steinding daneben. Und so einer schönen Deko. Nach oben. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich zeige es euch einfach. Ich muss euch nicht belabern. Hier, ich kann euch aber zeigen. Geht doch gleich viel einfacher. Mauern. Haben wir noch Mauern hier? Ja, hier haben wir Mauern. Aber keine Steine davon. Egal, die brauchen wir eh. Kann ich dir mal eben zeigen. Wobei. Wir machen das mit Steinziegelstufen, denke ich mal. Stimmt, die brauchen wir ja auch. Stimmt. Ha. Brauchen wir die denn wirklich? Eigentlich brauchen wir nur die Dinger da. Egal. Ich kann es euch mal eben zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Das wird auf jeden Fall gehen. Sorry, ich musste mal eben husten. So. Und hier können wir jetzt so ein Ding nach oben bauen. Das brauchen wir eigentlich keine Dings für. Keine. Ja, so. Zweierreihe nach oben. Können wir da eventuell noch eine Reihe nach oben machen. Oder eine Einer. Und dann machen wir da die zweite nach oben und so weiter und so fort. Nur wie wir das dann genau umsetzen, da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Ob wir eine Zweierreihe machen, dann geht es da nach oben, dann wieder eine Zweierreihe hier. Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Aber wenn man es jetzt hier zum Beispiel, du kannst es ja später wieder zubauen, das ist halt nur so zur Demonstration hier. Dann können wir hier. Das ist jetzt nur mal eine kleine Version davon. Aber eigentlich gefällt mir das schon ganz gut. Vor allem, man könnte hier das Ganze dann auch so ein bisschen, ne? weitermachen. Ja, das sieht doch eigentlich richtig cool aus. In den Berg geschlagen, dann so schöne Treppe nach oben hier. Was haltet ihr davon? Ich finde das cool. Also mir gefällt das. Aber wir sollten mal eben kurz den Berg wieder herrichten, weil den haben wir ja gerade ganz schön massakriert. Aber ihr, ihr, ne? Ihr versteht, was ich machen will hier. Ich denke schon, ihr seid an ihrem Kopf gefallen. So, auf jeden Fall. Ja, wundervoll, wundervoll. Und jetzt, iiih. Jetzt geht's nach oben. Und hier werden wir dann nach oben so gehen. Oh, da freue ich mich schon. Das wird gut aussehen. Endlich habe ich mal eine Idee. Endlich habe ich eine Idee, wie ich es machen möchte. Von unten werden wir noch Deko ran machen, damit das so cool wie hier aussieht. Cool in Anführungszeichen. Aber damit es halt schön aussieht. Und da denke ich, das wird auf jeden Fall, das wird gut. Das wird schön. Haben wir auf jeden Fall eine gute Idee hier. Umsetzen können wir sie eigentlich auf. Wir haben genug Kabel. Wir müssen vielleicht ein bisschen Kohle brennen. Aber das wird auch nicht so schwer. Das mache ich wahrscheinlich dann off-Video. Momentan habe ich eh total Bock auf Minecraft, weil ich so die ganzen Ideen, die sprudeln förmlich aus mir raus. Was ich noch alles machen möchte und wo ich Bock drauf habe und weiß der Geier. Momentan einfach so einfach cool. So, Steinziegeltreppen würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall einige. Würde ich sagen, machen wir einen Stack von. Würde ich sagen, machen wir da noch einige von. Dann können wir auf jeden Fall schon mal einiges hier bauen. Dann sind wir da auf jeden Fall mal schon on track. Das Problem ist, wie wir das dann bauen. Wir müssen wahrscheinlich mit Dirt ein bisschen arbeiten. Sonst kommen wir da nicht ran. Ja, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Vielleicht ist es ja das. Ja, so ist es. Da muss man so ein bisschen... Na, seht ihr das? Guck mal, eventuell auch noch mit der Mauer so ein bisschen... Ja, so. Das sieht doch noch schöner aus dann, wenn wir hier noch so das schön dicht machen. Das hat noch einfach so einen guten Look. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann müssen wir von unten noch so ein bisschen das Ganze aufhübschen. Und dann geht das. Ja, da fehlt noch eine. Da. Ist halt so eine Lücke. Die gefällt mir so gar nicht. Verstehe ich gar nicht, warum da so eine Lücke ist. Aber... Naja. Ist auch nicht so wichtig. Kann man eventuell so ein bisschen schöner lösen, wenn man da drunter so einen Stein packt. Ist das eventuell so ein bisschen besser. Das können wir auch nochmal ausprobieren. Wir haben ja sicherlich noch die ein oder andere... Ja, die Ziegelstufen haben wir hier. Können wir allerdings nicht so wirklich... Ja, weil von unten... Ich weiß nicht, ob das da... Das würde wahrscheinlich ein bisschen massiver aussehen, auch von unten. Das hier sieht so... Ja, das fühle ich irgendwie nicht so. Wenn ich das so sehe. Irgendwie fuckt mich das gerade ab. Wenn ich das von unten sehe, das sieht einfach so richtig... Richtig uhr aus. Das will ich nicht. Ich will, dass das gut aussieht. Ja, das... Ich denke, so machen wir das. Wir machen die Kanten hier. Werden wir durch die Blöcke ersetzen. Ja, sehr schön. Dann gucken die so ein bisschen raus. Okay, ich glaube, das können wir so machen. Die Folge wird ein bisschen länger, aber ist okay. Ich möchte das hier vorne auf jeden Fall schon mal fertig haben. Weil das hat mich gerade so echt ein bisschen gestört. Und jetzt ist das nämlich so connected. Ja. GG, ey. GG. Und jetzt kann man es auch wieder so ein bisschen dekorieren. Ja, also ich denke, das war auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall eine gute Sache hier. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Auf jeden Fall. Deutlich besser. Auch so eine schöne Abstufung hier. Das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. Und damit ich jetzt schon mal einen schönen Eindruck davon bekommen, wie das am Ende aussehen wird, werde ich euch jetzt mal eben kurz das hier so ein bisschen reinarbeiten. Ja. Ach, ja. Da arbeiten wir ja noch dran. Und dann müssen wir schon mal so eine grundlegende Idee davon haben. Wie das Ganze hier so ungefähr dann sein wird. Vielleicht müssen wir auch noch einen tiefer reingehen, damit wir hier so eine schöne... Ja, wir müssen, glaube ich, einen tiefer gehen, damit das wirklich gut aussieht. Wir müssen hier einen reingehen. Ja, also ihr seht das Problem schon. Es würde einfach ultra-wag aussehen, wenn wir das auf der anderen Seite machen. So. Und jetzt allerdings hier, na, hier geht das dann. Wir müssen allerdings die Steine da drunter dann noch anpassen. Allgemein noch so ein bisschen anpassen, die Sachen. Ist ja klar. Hier würde ich sagen, fehlt noch ein Stein und da fehlt ein Stein. Dann kann man mich hier das Ganze schön ranmachen. Und ich finde, so für den... Also da kommt noch hier zum Beispiel, da kommen noch so ein paar Steine hin, damit das anders aussieht. Aber, ne, ich finde so an sich, sieht das schon mal richtig gut aus. Also das hat auf jeden Fall was. Ich finde, da sind wir auf jeden Fall, erweitern wir so das grundlegende Konzept, was ich da hatte mit der Behausung. Können wir jetzt nach oben bauen, zu diesem Turm, den wir dann auch irgendwann anfangen. Und freue ich mich drauf. Auf jeden Fall eine schöne Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.